Eine... Reservierung? Ich kann nicht raus! Es ist lockt. Ich bin nicht tot! Ich würde raus raus, aber ich hätte das nicht so gut gemacht. Well... Wenn ich in einem Koffer stehe, zumindest das ist das Deluxe-Modell. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich würde raus raus, aber die gleichen Dinge sind so gut. Wer? Lass mich raus! Ich muss in die Koffer gehen! Niemand wird dafür bezahlen! Das scheint nicht zu funktionieren. Well... Wenn ich in einem Koffer stehe, zumindest das ist das Deluxe-Modell. Niemand wird dafür bezahlen! Ich bin noch nicht bereit für das. Hey! Geh deine Zeit! Keine Angst! Ich verletze das wertvolle Geschäft. Ich bin nicht tot! Ich habe sie in die Koffer geholt. Ich habe sie in die Koffer geholt. Ich glaube nicht, dass ich sie rauskriege. Sie haben sie mit einem Teflon-Gaskett. Oh, Herr! Ich bin tot! Oh, Herr! Ich komme tot! Perforte muss ich in die Koffer gehen! Drei Stundennезд jag llama. Und wenn wir im Voraus fanden가요, 3-Hour-Tour. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist ein Ticket zu einem Circus-Show. Die Fettuccini-Brothers. Und mit der Einladung können wir den wahrscheinlich auch nicht überzeugen. Ah, du hast ein Kostüm auf der Reserve. Well, das ist eine andere Geschichte. Mal sehen, dein Kostüm ist genau hier. Geht hier bitte. Oh, das ist ja Herz aller Lied. Oh, das ist ja Herz aller Lied. Oh, das ist ja Herz aller Lied. Das wird sicherlich die Tatsache der Party in diesem... Well, hat Spaß und genieße dein Kostüm. Was für ein schönes Kostüm. Was für ein schönes Kostüm. Was für ein schönes Kostüm. Ich will das nicht jetzt tragen. Ich will das nicht tun. Ich will das jetzt tun. Sehen Sie die Welt. Was für ein schönes Kostüm. 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 Ja, das haben wir. Ich habe das Kostüm gerade hier. Wollt ihr es anziehen. Well, ich glaube, du wirst zu sagen. Aber du musst versuchen, sich zu retten. Nein, nein, nicht hier. Geh in die Böse oder was. Oh, das ist schön. Schön. Und die Kostüm sind ein schönes Kostüm. Okay. Ich glaube, du kannst durchlaufen. Viel Spaß. Und vermutlich können wir dann von dort zum Haus... Vielleicht, während ich in den Bäumen, werde ich dieses stupide Kostüm entfernen. Ich sollte wahrscheinlich im Kostüm bleiben. Oh, was für ein schönes Kostüm. Lass mich allein. Ich bin beschäftigt. Okay, hier sind schachtel. Eine Türe, eine Mülltonne ... und ein Schild. Betrachten wir doch erstmal die Schachtel. Sie wahrscheinlich auch. Sie sind empty. Und die Mülltonne? Betrachten wir auch erstmal. Können wir die mitnehmen... Hey! Hey, was ist auf dem Racket? Nicht mit den Gävernersplänen! Es sagt, liebe Booty Island Waste-Disposal-Service, Schhh, bitte nicht die Gävernerspläne. Der Gäverner schlägt upstairs. Hier haben wir Fisch. Ja. Und mit dem Koch können wir nicht reden. Hey, geht dir am Staff only! Sorry! Gut, dann werden wir mal durch den Haupteingang gehen. Und einmal die Tür öffnen. Und rein. Ja, sind ja schon einige anwesend. Hier, auch hier haben wir ein Kartenstift. Ich werde 20.000 verdammte Kartenstift ausziehen. Es sieht aus wie ein Teil der Karte für Big Wook! Danke! Mehr subtel als beide. Ja, danke. Nicht dein usuales, größer-than-like. Oh, richtig! Ich habe das erste Kartenstift! Keine Ahnung! So, wo sind alle die Schiffe? Ja, ich muss hier noch etwas sein. Ich kann nicht von diesen Leuten auf den Städten kommen. Dann reden wir mal mit ihm. Wieder. Das ist wahr. Es gibt vielleicht ein paar Kartenstift. Hm. Und was können wir damit machen? Warum? Du hast nur gefragt. Mardi Gras? Mardi Gras? Was ist das? Ja. Ich glaube, es ist gut. Mardi Gras ist sicher schwer auf uns Swingers. Gut reden. Ich trinke das mal. Ein paar Party, hm? Ein paar Party, hm? Ja. Probier den Fisch. Ja. Fast auf einen Kartenstift. Hier ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht können wir die Riesen mitnehmen. Zu Elaine Marley! Zu spät. Sie sind bereits gepackt. Zu Elaine! Zu der großen Party! Es sieht aus, dass ich zu spät für die Ordörungen bin. Zu der Party! Nein. Hi, mein Name ist Guy Barsch. Ich weiß nicht, dass ich dich von irgendwoher weiß? Wahrscheinlich hat man viele Materialien ausgelöst, hm? Ich bin sicher, dass ich es nicht weiß. Aber nicht, dass das Papierbacher sehr schlug ist. Hm, hm? Hm. 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 Ich bin nicht für Wettbewerb. Komm her, bitte! Sie sind wohl die Party am liebsten. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Äh... Ich würde... Vielleicht können wir da einmal das Signalhorn erscheinen lassen. Vielleicht später. Wie geht's? Ja. Wie geht's? Wie geht's? Die Nachrichten, die Nachrichten, die Nachrichten, die Nachrichten zu haben. Wie geht's? Ho, ja. Gefühle und die Nachrichten zu haben, was gut ist. Nutzt was, was auf jeden Fall funktioniert. Wie geht's? Das sindứaliche, das sindứaliche. Und jetzt ein bisschen. Ah, was ist das alles? Hey, weiß ich noch was? Ah... Was ist denn da, Gabrush? Wie kennst du meinen Namen? Ich war mit dem Hund. Wer bist du? Natürlich zum Gewinner. Mr. 340, zieh mich direkt zum Gewinner! Ich war kurz zu sagen, dass du eine sehr gleiche Sache sagst. Aber erstens... Leidst du deine Teile öffnen? Versuch mich, alter Mann! Wie erfolgreich! Da sind die schönen Münzenhaus fallen. Oh, nette Unterwäsche. Governor, I caught one of your party guests making off with your grandfather's mask. Another would-be treasure hunter, eh? Bring him in. In here, Guybrush. Guybrush? Guybrush Three Foot? The one and only, Sugar Bear. Of all the parties and all the houses on all the islands of the Caribbean, he had to crash mine. It's destiny, Honeycakes. Don't talk to me. Snuggle Puss? Get lost. Punky Doodle? I'm warning you. Pooper Dooper? Maybe I should go rake the back for you. Look at us, together again. Boy, we haven't been like this since, well... Since I quit my job and moved away without leaving a forwarding address? Was that what happened? Gee, I thought... Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake. I thought we had an agreement. You're the governor of my heart, baby. Same old Guybrush. You're the governor of my heart, baby. Same old Guybrush. Come back, if it's the last thing I do. Oh, really? Elaine, take me back. I can't live without you. You're getting warmer. If I can't be with you, I don't want to live. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. Es wird schon besser. Und vielleicht kann sie uns ja heilen, wenn wir weiter so rum schnulzen. My soul is sick, Elaine. And love is the only cure. Oh, Guybrush. I know I shouldn't have anything to do with you. But there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're going to let me have the map? The map? Is that what this is all about? I should have known better. If the map is all you care about... You'd better go out and get it! And it looks like it's about to blow away. Hey! Hey, that's a good idea. Hey! Okay, up! It's a weed! Well, we gotta go out and catch this. Now it took one thing to do with everything. This Ohhh. Now that doesn't! It's not an accident. oder wo wir die Karte finden. Hier können wir nochmal in den Wald. Ach gut, das ist identisch mit dem sonstigen Weg. Nun können wir hier zu der Klippe gehen. Folgen wir der Karte also. Hier ist der Rand. Den betrachten wir mal. Können wir da irgendwie hin klettern. Oh, langweilig da unten. Oh, langweilig da unten. Können wir hier denn mit irgendetwas interagieren? Nehmen wir nur den Klippenrand und den Weg. Können wir die da vielleicht irgendwie runterwerfen oder so etwas? Vielleicht mit der Radkappe? Ich habe es nicht mit dem Strohhalm. 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 Dann haben wir hier wieder runtergelebt. Und dann haben wir sonst... Ja, wir können versuchen den Affen irgendwie zu überreden. In der Taverne. Aber dafür müsste er mitkommen. Und ihm dann eine Banane als Belohnung geben. Also ab auf das Schiff. Die andere Möglichkeit wäre natürlich der Papagei. Gut, also hier runter. Den Weg entlang. Und dann mal wieder in die Taverne. Und dann versuchen wir mal, ob wir den mitnehmen können. Ich will ihn nicht beschädigen. Können wir den irgendwie aus dem Takt bringen? Vielleicht mit der Orgel? Ich weiß nicht, wie es spielen kann. Und wenn wir den Metronom anhalten? Es ist ein Metronom. Nein, danke. Zu viele schlechte Erinnerungen von Piano-Lehnen. Ich will nicht den Monke schulden. Er ist süß. Ich will nicht den innoßen Monke machen. Ich will nicht ihn schulden. Hey, also müssen wir wohl doch versuchen, irgendwie den Papageien zu bekommen. Allerdings haben wir da noch kein Futter für. Weil ja der Sack angeblich leer ist. Außerdem hieß es, er sei unverkäuflich. Aber ich glaube, das versuchen wir beim nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen.